So, RK-Familie, wir haben was sehr, sehr Großes für euch nächstes Wochenende. Samstag, der 21. Oktober in der Buschallee, haben wir einen Big Rugby Day mit. Ja, wir beginnen um 11 Uhr mit dem Siemerliga-Turnier der Division Ost der Frauen. Also alle Mannschaften aus der Division Ost werden bei uns in der Buschallee sein und natürlich vertreten mit zwei Frauen-Mannschaften des RK3 Berlin. Und danach ein Topspiel um 14 Uhr. Die erste Herren gegen Leipzig. Nicht vergessen, 14 Uhr. Erster Herren gegen Leipzig. Und dann um 16 Uhr geht's weiter mit unserer zweiten Mannschaft. Die spielt gegen... Gegen Leipzig auch. Die zweite Mannschaft von Leipzig. Also es wird wirklich ein Big Rugby Day. Sei dabei, RK3, die ganze Familie. Das Wetter wird schön. Bring mal deine Freunde auch mit, oder Vivian? Ab 11 Uhr in der Buschallee mit allen Freunden bis zum Abend dabei sein und mit uns zusammen feiern und Rugby gucken. Und Mutti und Papi auch Bescheid sagen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.